Mit dem himmlischen Grusel betrete ich diesen Raum. Ich bin Erzengel Michael. Bei jedem Ton meiner Worte beginnt Excalibur zu glühen und so spreche ich zu dir in den Tönen der Transformation. Diese Energie breitet sich nun in deinen Räumen aus. Fühle meine Nähe und fühle auch meine Stärke und meinen Schutz. Erzengel Michael ist heute zu dir gekommen, um alles, was dir Angst macht, in Licht und Liebe zu transformieren. Um alle Gefühle, welche schwer für dich sind, in Liebe zu transformieren. Und so lade ich dich ein, wenn du es möchtest, in meine Energie einzutreten und dich vertrauensvoll von mir heute führen zu lassen. So nehme nun einen tiefen Atemzug und spüre, wie die Energie von Erzengel Michael dich umhüllt. und spüre, wie die Energie von Erzengel Michael dich trägt. Und wenn es dir möglich ist, dann lasse dich in meine Energie fallen. Gebe dich so weit hin, wie es sich gut anfühlt. Denn ich übertrage jetzt die Schwingungen von Excalibur, welche deine Gedankenstrukturen von Ängsten, von Sorgen befreien. Und so kreist die Energie von Excalibur in deinen Gedankenfeldern. Sie kreist genau da, wo fest sitzende Muster von Angst, Sorgen und Zweifeln den Energiefluss hindern. Und so löse ich für dich das auf, was jetzt in diesem Moment gelöst werden kann. Und je tiefer du dich fallen lässt, desto tiefer kann ich für dich wirken. Und so löse ich für dich. Und so löse ich für dich. Ich transformiere in Liebe und Achtsamkeit deine Ängste, deine Sorgen. Und ich transformiere auch deine Zweifel, all das, was dich belastet in der Verstandesebene und dich dazu bringt, um Wege in deiner Entwicklung zu gehen. All diese Energien werde ich in Licht und Liebe jetzt für dich umwandeln. Vielleicht magst du auch ein paar Gedanken, welche du immer wieder mit dir trägst. Dann kann ich sie direkt mit Excalibur auflösen. Spüre die Energie von Excalibur. Spüre die Reinigung. Spasmärschütze die Energie. Und nun, mein liebes Menschenkind, werde ich in deinen emotionalen Trichter eintauchen. Ich werde mit Excalibur jedes Gefühl, das dich belastet, in Liebe umwandeln. Und so beginnt Excalibur überall dort zu kreisen, wo dich Emotionen schwach machen, wo dir Gefühle Angst machen oder sogar Schmerzen bereiten. Genau da wirke ich jetzt für dich. Und so fließt Excalibur überall dorthin, überall dorthin, wo eine große Heilung geschehen kann. Und alles, was du jetzt bereit bist zuzulassen, wird von Excalibur in Liebe und Licht umgewandelt. Und je tiefer du dir erlaubst, dich hinzugeben, desto tiefer und besser kann ich für dich wirken. Ich tue dies mit der Achtsamkeit eines Engels. Und ich bin voller Liebe dabei, dich zu unterstützen. So nehme dir jetzt ein wenig Zeit, um diese wunderschöne Auflösung all der Dinge zu genießen, welche dich die letzten Tage belastet haben. Excalibur wirkt zu deinem allerhöchsten Wohle. Und so geschieht alles in der höchsten göttlichen Ordnung für dich. Wo sind Sie jetzt? Dann kommen sie nun ... ... Und dann nehme dir jetzt die Zeit, die du benötigst, um wieder in deine Räumlichkeiten zurückzukommen. Ich entlasse dich aus meiner Energie und begleite dich, sorgend und liebevoll, wieder zurück in das Hier und Jetzt. Ich habe für dich gewirkt und ich weiß, ich weiß, dass dir Gutes geschah und so verabschiede ich mich von dir, voller Liebe mit dem himmlischen Gruß der Liebe. Ich habe für dich gewirkt. Untertitelung des ZDF, 2020